Herzlich Willkommen in der Veronicella Sloanai Kinderstube. So herrlich wie die wachsen. Die sind so putzig. Das sind Pfannkuchen-Nacktschnecken. Und hier sieht man ganz kleine Babys. Die sind jetzt schon etwas älter. Also frisch geschlüpft sind die jetzt nicht. Und die sind so agil. Die sind so klasse. Ja, ich weiß, wie kann man sich über Nacktschnecken so freuen. Aber diese hier sind echt etwas Besonderes.